Ich wurde mit Zuneigung überschüttet. Nein, wenigstens etwas. Wollen wir das Escort machen? Tja, ich bin doch nicht bescheuert. Warum nicht? Weißt du, was Escort-Quests immer bedeutet? Eskortier. Exakt. Du weißt, wie scheiße Escort-Quests sind. Oh Mann, ist der Schamane scheiße. Nein, nicht du, Amiga-Link. Ich wollte gerade sagen, gut, dass ich nicht da bin. Kannst du mich nämlich nicht meinen. Ähm. Ähm. Was startest du denn da? Eine Escort-Quest. Bin ziemlich weit weg. Das ist mir egal. Das ist uns doch Wumpe. Da ist ein Brückengeländer, du Nase. Ja, das merkt er auch. Aber er will ja jetzt erstmal, ne? Agro-mäßig den Ogre hier verkloppen. Läuft dann wieder zurück. Läuft dann ganz langsam. Weil er hat ja, ne? Er ist ja zurückgerannt. Jetzt ist er immer aus der Puste. Jetzt muss er erstmal, boah, ne? Also ich brauche mal eine Pause. Und dann gehe ich ganz langsam. Und lache erstmal, weil ich irgendwas angezündet habe. Gut, das mache ich auch beim örtlichen Discounter. Aber trotzdem. Ganz langsam. Oh, ja. Jetzt, jetzt. Wow. Dieses Bergsteiger-Rindenspeh. Weil sie hat natürlich wieder Ogre gesichtet. Die hier so ne Kuh angesehen hat. Und dann denkt sie sich so. Wow. Geil. Erstmal hinrennen. Und sie hat noch ne Ogre gesehen. Gleich auch erstmal hinrennen. Yeah. Auch wenn die nicht mal unsere Akro haben. Aber egal. Und dann läuft sie jetzt gleich erstmal wieder mit Speed zurück. Da läuft sie mit Speed zurück. Und dann geht sie wieder ganz langsam von diesem Holzgestell davon. Okay. Jetzt ist auch ganz langsam hier. Oh. Jetzt geht sie durch den Berg. Wow. Jetzt ist sie weg. Da läuft sie. Ich sehe sie nicht. Da. Da. Oh. Kein Diesel. Stylish. Dynamite in der Hand. Ja. Also das ist ne. Es war das Next Topmodel. Sie hat wieder Akro. Kannst du bitte aufhören hier alles zu attackieren? Im Ernst. Sonst kommen wir nie durch. Attackiere ich alles weiter damit ich Zeit hab zu euch zu kommen. Ach halt's Maul da hinten. So. Wenn du jetzt nochmal was attackierst. Ganz ehrlich. Ich raste aus. Wo ist Erich? Lass doch einfach mal die Ische laufen. Lass doch selber irgendwas attackieren und dann attackiere irgendwas. Attackeee. Es kommt fest. Noch 1,4 Minuten dann bin ich bei euch. Oh nein und nein und nein und nein und nein und nein. Ah und er hat was attackiert. Hehehehe. Yeah. Machste Feuer. Machste Ali. Warum? Warum tust du mir sowas an? Was ich kann? Okay. Und ich setz mich jetzt erst mal ein paar Sekunden Ruhe. Wow. Gott sei Dank. Zigarettenpause. Nein. Gut. Der nächste Gegner dauert, bis ich meine Zigaretten auf habe. Oh nein. Von der Seite wurde sie angerämpelt. Ja. Soll sie doch sterben? Ist mir doch egal. Nein. Sie wird nicht sterben. Denn der Heiler ist ja da. Ist mir scheißegal. Er wird sterben. Ich werde dafür eigenhändig sorgen. Tu das. Ja, aber im Moment ist schlecht. Ich muss sie ja eh. Ich erst mal beschützen. Und sollten wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Auf habe ich noch weniger Bock. Und da läuft sie erst mal gleich wieder zum nächsten. Oh guys. Es ist ein Traum. Obwohl der Urga zu mir läuft. Ist so Wahnsinn. Wir müssen auch unsere 15 vollkriegen. Ja, du. Ich brauche nur noch einen. Und der kommt hier eh angelaufen. Und der, der am wenigsten getan hat. Weiß er, der räumt jetzt hier nochmal eben schnell die Quest ab. Hi. Kann er ja nicht. Er kann sich selber machen. Nö. Was? Ach ne. Eins von 15. Scheiße. Ich muss ja also noch ein bisschen kloppen. Ne, das Escort kannst du gleich selber machen. Ne, die hat er ja mit angenommen dadurch. Ich hab die mit angenommen. Wie? Aus der Entfernung? Ja. Ja klar. Deswegen sage ich das ja. Deswegen habe ich ja gesagt, lass euch Zeit, bis ich da bin. Du hast so Glück, dass ich heute meinen guten Tag habe. Nein. Er hat Glück, dass du nicht zugehört hast. Hehehe. Hehehe. So, Tante, würdest du mal bitte weiter gehen? Danke. Ja, natürlich. Gleich die nächste Agro. Amiga Link, würdest du bitte aufführen, hier ständig Agro zu ziehen? Das macht unseren Quest-Tus hier ganz wuschig. Ich brauche die Mops doch noch. Ist mir doch egal. Hol sie dir, wenn die Quest vorbei ist. Ihr habt sie wahrscheinlich schon. Genau. So sieht's aus. Wir sind fettig. Aaaaah. Hehehe. Er kriegt den Geist. So glücklich sitz ich's mir. Das war der letzte Film. Ja. Endlich. Seid weg, Leute. Ich bin weg. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, ich geh da noch hier ein bisschen prügeln. Und Sachen einsammeln. Mach das. Boah. Das habt ihr ja nebenbei machen können, ich nicht. Ja, weil Monsieur Org musste sich ja jetzt erstmal fliegen können. Ja. Das hatte Vorrang, ganz klar. Ja, natürlich. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Nein, nein. Wo ist das scheiß Blümchen da oben? Okay. Wupp. Ja. Ja, ja. Fliegt ihr immer alle um mich herum. Ist vollkommen okay. Hehehe. Ah, dauert ja nicht mehr lang. Ja, ja. Das sagen sie alle. Es dauert bei mir jetzt noch irgendwie gefühlte... ...dröpft sich folgen. Die Zuschauer wissen Bescheid, wie lange das dauert. Ich hab Flugpunkt. Wow. Toll. Den hab ich auch noch nicht. Hey, ist dir jetzt auch egal. Du kannst fliegen. Ja, nicht ganz. Ich nehm gerne die Taxis. Ja, ja. Das würd ich jetzt auch sagen. Ja, ist wirklich so. Hab ich schon immer gerne gemacht. Weil dann kannst du gemütlich ein Käffchen trinken und eine rauchen gehen. So. Normalfall. Wo sind denn die ganzen Dinger die noch hier einsammelt? Da oben. Hi. Brauchte ich auch. Funktioniert die Quest überhaupt? Ich bin ganz oben. Bleib sauber. Ja. Mhm. Äh. Toll. Da hau' ich Epsa den Deppen um, der hier im Weg steht. Und dann kann ich das Ding nicht aufsammeln. Ah, jetzt. Ich würde nicht wundern, wenn diese Quest nicht richtig funktioniert. Was machst du für den Schönes? Äh, Gedöns. Ach so. Tolle Destillations-Quest. Ach, der Scheiß. Ja, da würde ich mich auch nicht wundern, wenn die nicht funktioniert. Ja, bisher scheint sie noch zu funktionieren. Ich bin doch schon, dass ich so viel Papayas reinschmeißen kann, obwohl ich nur eine hatte. Hast du nicht zwei gesammelt? Nee. Ich finde hier keine Lianen. Hat schon einer den Ring gefunden? Nö. Nö. Ja, ich habe eine Lianen, ne? Okay, ich habe den Ring gefunden. Gratuliere. GEZ. Das war gut, Jess. Als ob der Mob gehört hätte. Ach, der sucht einen Ring. Ehrlich. War übrigens einer von den Ausgräbern hier, der den Ring hatte. Aha. Das heißt aber von den Tieren, ne? Aber, ja, 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 ist alles, ja, nee. Brauchen wir uns nicht drüber halt, Päse, aber. Nee, der kann auch tatsächlich hier von, von den Dingern da droppen. Ja? Ja. Ja. Also, laut Carbonite, ja, ist das wohl normal. Ich wusste es auch nicht. Nee, das ist der Silatus fertig. Ich habe eine Banane. Darauf gehe ich nicht näher ein. Eine Banane. Eine Banane. Öffnet euer Herz, dem Licht. So, jetzt muss ich das hier noch irgendjemandem hier zum Geschmack testen hier geben, hier. Nein, doch. Äh. Äh. Das ist ein Larry. Da. Nee, keine mehr da. Boah, diese Alice hier. Sind die Schlimmsten. Oh mein Gott, glaub mal, eben einer hat von mir an die Liane gefasst. Und da hat einer geschrien. Wer hat die an die Liane gefasst? Ich habe gesagt, der Ali hat einem an die Liane gefasst. Gefasst. Einem. Ah, okay. Okay. Kleiner, aber feiner Unterschied. Ich habe keine Liane mehr da. Ich mache mal ein anderes Quest. Das ist mir zu doof. Seid ihr aber gut. Pippo, pippo, pippo. So. Komm mal zu, dich gefliegt. Sicher? Hm. Ja, nicht zu dir, zum Bäumchen. Achso. Hau bloß ab, du. Du fährst mir nicht an die Liane. Der macht nämlich gerade die Quest, die ich noch brauche. Hä? Die Liane sammeln und so. Achso. Und Orangen und was ist das alles? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe bar, ja. Ach, da hinten muss ich hin. Ah, okay. Das Problem ist, hier findest du wirklich nichts. Hier sind noch zwei weitere Angänge. Ich habe eine Liane. Es hat nur nicht funktioniert. Gut. Ich bin begeistert. Sollst du lügen? Ähm. Naja. Manchmal, ja? Manchmal. Manchmal ist Lügen erlaubt. Genau. Notlüge. So. Und falls ihr es noch nicht wusstet, nicht, dass es heißt, ihr wurdet als letztes benachrichtigt. 13.3., glaube ich. Äh, ja. 13.3. Machen wir um 15 Uhr. Ein gildend Foto. Ein gildend Foto? Oh. Ein gildend Foto. Ist auch nochmal ein Kalender für die Gildenmitglieder hier markiert. Obwohl, die platzt die Linse nicht. Ja, doch. Sobald ich vor die Linse trete, ist alles hinüber. Das geht bei mir nur. Nein, nein. Du hast keine Ahnung. Und davon sehr viel. Ja. Kann das sein, dass die Langen alle nicht funktionieren? Nee, nicht alle. Einige wenige funktionieren. Wenn sie bei dir schreien, dann weißt du, du hast das falsch gemacht. Nee, ihr schreit nix. Die Liane wackelt und das war's. Ich hab bis jetzt auch mal Glück gehabt. Ja, man muss ja auch mal Glück haben, ne? Wenn du schon immer als letztes looten darfst. Naja. Aber ja. Nee, hab ich nicht. Sorry, aber da kann ich dir nicht aushelfen. Dann muss ich eine Flaschenlampe nehmen. So, die Liane hier. Auch nix. Super. Oh doch. Yay. Ich hab eine Orange. Oh. Oh, gleich auspressen. Wow. So, was hab ich jetzt hier für eine Fässer genommen? Teilzeitjäger. Ach, da. Ach. Ah, okay. Ich erinnere mich. Ja, dann wollen wir mal, ne? Ja, dann mach mal. Mach ich auch. Da kenn ich nix. Sag ich dir. Nix kenn ich da. Ich geh einfach hin. Ich bin keine Liane mehr. Mano. Willst du n Keks? Ja. Das sind aber meine Kekse. Macht nix. Jetzt rate mal, ob ich die teile. Ja, wahrscheinlich nicht. Exakt. Hab mir gedacht. Also hast du nochmal Pech. Aber wär auch etwas schwierig, die mir rüberzugeben. Hallo, digitales Zeitalter und so. Ach so. Was meinst du, warum jede Internetseite heutzutage Cookies speichert? Auch Double-Chock? Manchmal. Toll. Mit der Banane schmeißt du eine Papaya runter, Männer. Na sowas. Du hättest vorher im Baum vielleicht hochgucken sollen, was drin hängt. Find gar nix mehr. Der ist vollkommen okay. Nein, find ich nicht. Doch, ich finde das okay. Ich finde eine Papaya. Find das gemein. Was du alles gemein findest. Also hätte ich Amiga-Link die Lianen überlassen, hätte ich schon hätte ich gehabt. Wahrscheinlich. Obwohl, ne. Ich hab ja schon, keine Ahnung, an zehn Lianen gezogen. Ist nix passiert. Ja, die wollen minazzen. Das ist die dritte in Folge für Papaya. Tja. Was sagt das? Du solltest mehr Papayas essen. Bei mir kam tausendmal gar nix runter. Kauft euch noch heute eine Papaya. Ich hab sie im Sonnenangebot. Es sind noch drei Stück zu haben. Ich hab mein Quest fertig, der Ami auch. Und Mammut ist durchs komplette Becken durch. Super. Jetzt kam mal wieder was runter. Und was kommt runter? Die Orange, die ich schon hab. Ja. War ja klar. Sei froh, dass es keine Papaya ist. Das ist dein Äquivalent zu Papaya. Die Papaya brauch ich noch. Die wär gut gewesen. Was wachsen hier für Bäume? Verdammt. Das ist doch zum Kotzen. Meistens sind es Bäume aus Kohlenstoffbasis. Ah. Kinder zu Hause. Kleine Denkhilfe. Alles, was brennen kann, besteht aus Kohlenstoff. Fünsche, Mio und Schlossflied. So, jetzt kannst alle anderen die Annahmen haben. Ja, super. Ist freundlich. Ist nur keine mehr da. Oder bin ich zu schnell unterwegs, was ich hier nicht sehe. Okay, der ist mir schnell heftig. Okay, wieder zurück. Okay, das wird mein Tod. Ja, sieht so aus. Das ist dein Tod. Ja, exakt. Der erste Vibe. Yeah. Stimmung. Nee, kein Vibe. Ihr seid ja nicht geschoben. Wollte ich gerade sagen. Wir zwei leben doch noch. Achso. Okay. So, was kommt hier? Was kommt hier? Kommt, was kommt, was kommt, was kommt. Und, und, und. Nein. Doch. Doch. Eine Papaya. Hey. Dann brauche ich ja nur noch zwei Bananen. Herzlichen Glückwunsch. Musst du schütteln an Palme. Leute, macht eure Palme-Schütteln mal anders. Oh nein. Ist doch wahr. Oder nicht? Doch. Es gucken Minerjäri hierzu. Die hätten gar nicht gewusst, worum es geht, wenn du das jetzt nicht erwähnt hättest. Na, ich wäre mir da nicht so sicher. Ja, ja, stimmt. Die wissen mehr als sie. Also, was ich damals schon allein schon in der ersten, zweiten Klasse gelernt habe, du, wow. Ja. Es ist, damals fand ich das schon abartig. Und aus der Retro-Perspektive finde ich das immer noch abartig. Und ich weiß nicht, was ich heute so teuge alles in der ersten, zweiten Klasse lerne. Ich will es auch gar nicht wissen. Das will ich auch nicht wissen. Hier ist keine Liane. Kann man dir nicht helfen? Ich habe auch keinen Spieler, warum sind die Lianen alle weg? Das gibt's doch gar nicht. Aber die Quest war schon immer recht langatmig. Aber nicht so. Weil meistens die Lianen auch funktionierten. Ja, das ist wohl wahr, ja. Das ist ja im Moment eher nicht so der Fall. Aber naja, was soll's. Meckern hilft ja auch nichts. Ich glaube nachher nur einer. Das geht ja nicht. Das Lustige ist, hier hängen, theoretisch hängen hier tausend Lianen rum. Ich darf nur nicht dran ziehen. Ja, dann machen wir eben schnell einen Server-Restart und dann, dann darfst du auch wieder dran ziehen. Wir müssen nur irgendwas machen, das den Server zum Absturz bringt. Bombe werfen. Nur Absturz, nicht Vernichtung. Okay. Da ist ein Erz, das meinen Namen trägt. La la la. Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Ich braue. Tralala. Braust. Was, du bist braun, da war die, da war da? Jo. Schade. Ich wollte jetzt gerade in den Chat schreiben, wie ich starte, dann kriege ich als Antwort, es gibt keinen solcher Befehl. Das heißt halt bei denen anders. Ah ne, kein solcher Befehl. Slash Crash. Snash-D-Dos. So. Kennt den noch einer? Ja. Fickere dich. Nein? Skandal. Skandalös. Was, das glaube ich neuer ist, ist ein Fehler 34 oder so ähnlich, oder 37.